Well, hallo! Mario Sola, von dir hast du aber nicht so tätig abgestohlen. Bei der Mahan hat das bieten Seier Scheine gedacht, von dir hast du aber Worte für den Frister. Und ich will mich bedanken für all die Comments, die mir geschickt haben. Dort gab mir Klacks in den Freit und es ging dort die Videos kicken. Seier, Seier Damschein, dort nehme ich nicht für selbstverständlich an. Seier Damschein. Und ich rede letztendlich von einem Freund von Bolivia. Und heute redet von Heinerfleisch in Seitensür, das Heinerfleisch wesentlich. Mit Pennappel. Und nun ging es mir dort zu merken. Er kickte mir ein paar Rezapps ab und ich hatte ein bisschen studiert. Und nun war ich dort zu merken. Dann kann man ja gemerkt, aber wir haben in den Vierten gegeten im Restaurant. Ich weiß nicht mehr, dass alles was fehl wurde. Seitensür ist sweet and sour. So, ich muss sagen, wie wir das werden. So, ich hoffe, Sie interessiert uns. Und da war ich nicht mehr froh. Ich werde wissen, was wir jetzt verbrücken. Und dann verfahren wir. Ich werde jetzt wissen, was Sie alles macht. Hier haben wir eine Panappel. Hier haben wir eine Grüne Paperschout. Und eine Bell Pepper. Schlinger Paperschout. Hier haben wir eine Rauder Paperschout. Pimenton. Hier haben wir eine Narte Zippel. Hier haben wir Feierbitter Backfleisch. Und hier haben wir ein Läppel. So, was sie nennen? Sesame-Sutig. Sesame-Seeds. Der heißt, ich habe mal so eine Klopstweiber gespooven. Und wo ich vielleicht kann. Und hier habe ich drei Feierbitter Schissnick. Ten. Und hier haben wir ein Ei. Hier haben wir ein bisschen Engwer. Das ist jetzt ein Ginger. Und hier haben wir Ketchup. Wo drei Läppel vollbrücken. Eid Läppel vollbrücken. Hier haben wir zwei Läppel voll Schmalt. Die können so eine Pfadbrücken ausgewählen. Und hier haben wir vier Läppel Ries-Erik. Die können so eine Brücken ausgewählen. Und hier habe ich Soja. Eid Läppel. Eid Läppel. Hier haben wir ein Eid Läppel Cornstarch. Das ist mit das Verstärkungsmehl. Und hier haben wir ein Köffel Ries. Das wo wir kärken. Hier haben wir ein Köffel Okwara Cornstarch Verstärkungsmehl. Wo wir das bieten Fleisch hier an. Und hier haben wir noch ein Viertel Köffel Sucker. Und hier haben wir noch ein bisschen Zippel-Ök oder Onion Greens. Und hier haben wir ein bisschen U-Strom. Die müssen wir überstellen. Dankeschön. Okay, das erste Wort. Wenn wir da unten stehen nehmen. Wenn wir das Schäcken, das Backfleisch. Dann dauern wir das. Hier ist das erstmal der Hauf. Bitte einschneiden. Das ist ja noch ein bisschen gefroren. Wenn wir da unten stehen. Wenn wir das in der Hauf einschneiden. Dann braucht das nichts zu schreien. Dann geht es um den Kack zu starten. Dann wird von einem fest in der einen Saal. Das wird wieder schneiden. Und dann wird es zu einem Pärklen. Das ist echt, dass wir nachher wie nachher Marineren. Bei allem, das wird es auch so starten. Dann wird die Wiese dann ein Marineren. Oder dem Pärklen. Und dann geht es um den Fleischmarkt. Dann gibt es ein Läpel Sojasauce. Sojasauce oder Soja. hier haben wir einen Lepel Maizena oder Verstreckungsmehl oder Cornstarch dann nehmen wir eine Ehe und wir haben hier auch noch mal und dann werden wir dort durchgehören dann werden wir dort für 20 Minuten eine halbe Stunde rumsetzen dann wird dort sehr durchgehören dann werden wir dort für 20 Minuten eine halbe Stunde lossetzen dann werden wir dort für 20 Minuten eine halbe Stunde lossetzen dann werden wir dort für 20 Minuten eine halbe Stunde lossetzen das wird noch nicht ganz abgedeckt aber dann werden wir dort haben, dass alle mehr die Temperatur ist, dass wir an der Stube sind dann wird es noch eine halbe Stunde lossetzen dann können wir das anbauen Und der Chesnick, Garlic, Ache, das bräuchte 2 Teilepel. Das wollen wir hier noch so stets ein Fentim machen. Das wurden ein Stück 3 oder 4 Aten bräuchten. Und dann... Da, kicken wir das. Uh, ja. Los, Seierfam, du, kicken wir doch. Ja, den Tick wollte ich Fleischlauten einmarinaten oder ein Päckchen. Wo auch die Päberschauten alle auf hinschneiden und ein bisschen feine Naht bittig ist. Das krieg ich so. Ja, checken wir das. Seht dort, wo ich schmack so eine Stromreude Päberschauten. Wo alles ein bisschen in die Naht, Päberschauten bittig geschnieden. Und dann, was ans Fleisch ist, als das Ei gepäkelt, dann erst das auch alle reiht. Und hier haben wir die Zeppeln. Okay, hier haben wir eine neue Einköffel Reis dafür gebraucht. Wir wollen da vielleicht einen halben Teilepel voll. So. 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 was sie nahen karl start vermerkt sei ja sei ja fern reich hat knusprig ja von sehr fern geschmack dort war das ist doch allaguer bruden in der wahl von der wieder So, ich kiegt mal, jetzt ist es so fein, richtig gebrod, das war ein Seben ab, das war fein, of like in das, so, und ich wollte alles starte broden, oh, ja, das ist das beste Opa, das war der Eck wo uns sein, dort wo hat Opa Säu scheint, mein. Nun haben wir hier noch, das Krax ist dort, wo auch noch aller Broden, die rein aller Broden, die, 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 meine Fleisch, und da wo wir uns wissen, was für das nächste dann. Klar, nun kiegt mal, nun habe ich den letzten Satz hier noch vorig, da würde ich hier so ein bisschen stehen ab, auf dem Seben ab, nicht so mehr vorig, und heute, das ist wieder Heiner Fleisch, das schmeckt sehr gut, und dann übrigens, Leute, da würde ich diese bloß Krax, das wird in Frieden, äh, in Frieden, wo wir irgendwo einladen, das war ein bisschen, das ist dann, äh, Heiner Fleisch, so, so, das ist nicht so wie vorig. Okay, nun haben wir das Heiner Fleisch alle gebrod, und ich wollte es bloß mal schmaar, wie der Patrick rücksetigt. hmmm, das schmeckt lang schön, wenn ich einig sage, wie drühe ich schwein vor die haben, dort wird noch schön das schmecken, dann werde ich mal abholen, dass die nicht über die bocken, so schön schmeckt das, das schmeckt schön, die werdet ihr eben merken, dann schön, ich habe den pannappel leiharn in der haufe geschneden, das kann sein, dann da oben mit einem panna truppet maße, schneiden wir ein bisschen so fern rum, rund rum, so, das muss ein wenig sein, dann wäre es so, aber dann dreiviertel Zoll alle werden schneiden, das kann sein, den haufe lüht geholt hat, krach, so start, guck mal, und dann dauert noch einmal der Wehr, und dann krach, bis ich den Strunk, einzig leichen den Strunk nicht, der Bruch gerade nicht, den kann ich da rutschneiden, und wenn ich das nicht kicke, dann hätte ich da wehen ab, so, und dann schraubt ich da so start, mit einem Lepel, mit einem feinen schwarpen Lepel, so, krach, so start, und dann, äh, hier, da unten sieht auch noch, der lasse ich dann ab, irgends eine Pannappel, das unten lasse ich dann den Strunk, aber das kann ich dann apart, ich, äh, gleich den Strunk ab, weißt du, dort, äh, dort schaffst du auch da kann ich ein wenig sein, da geht nicht lang, da muss ich, wo ein Seierbild sehen, wo das die Kräuter ist, guck mal, und das ist dann der Strunk, stricken wir das hier, dann wird es eine feine Rüte, und das werden wir aber die Brücken, die wird ja für die, für die, für die Korn, krach, so start, guck mal, da, guck mal, das, nun haben wir hier zwei, halbe, äh, Pennappel, krach, so start, und dann, und hier, wo ich nicht wissen, für die, wo die Brücken, threatened, okay, dann wird er da, defa, dann, da die zwei Läive kito, äh, schmorz nehmen, die kannst du nicht schmorzer, es beintauchen, Ollovo,ödo gl halfовал, vaismin Dann sind die PEPPER-Körteln und die PEPPELEN. Die Körner die das hier. So, für einen Minute oder zwei. Statt die Körner. Die Wanderische Pfanne hat einen Körner, das ist das Garlic, das Chesnick. und das Ginger, Ingwer, das ist das dann, wenn wir das nach Hause machen, das ist 5 Minuten lang, das andere haben wir aber jetzt 3 oder 4 Minuten, und das ist das dann, das war das E-weige. Und das war noch ein Rücken, das ist das Erich de Mange, das ist das Ries-Erik, Reiswineger, oder wenn wir nicht haben, die ihr untert ewig und dann die ihr das zocker machen, ein Viertelköppel zocker in drei Edlepel Ketchup, Katschup, du hast ein bisschen stot dann müsst ihr mal zeigen, dass ihr reine Finger schauen, du kriegst du stot und dann broten wir das über die Seiya-Fender, und dann fangen wir wieder wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein bisschen Peppertina machen so eine Chili Flakes, die ihr mit den Pizzan abdämmen clean Bäschen, nicht zu seiya und dann könnt ihr für einen Köffel voll, oder ein halb Köffel voll Panneppel machen die ihr dort fern da erst, aber dann fangen fern da erst zu kärken na, dann gucken wir mal das, wann das nicht schmeckt, das bei Ack jiiiich, ollei Klax ist dort na, jetzt haben wir das nur ein paar Minuten fern da kärken und dann zeig mal das, und da wäre aber das scheine bieter Heinerfleisch hier hier, in der und zeig mal das und da wäre aber dort und da wäre aber dort seiya fern, der ich broten und da sah wie reiht dem Unkass hier oooop das reckschein in der Kleider wurde seiya, scheinschmeich Ack lei wie san reitem und das eten oooop ich mach mal hier, ich bin nicht viel lieben das hat dort nicht schmack ok, telats wot wir dann da und euer wir eten dann daue ich hier ein Klee bisschen so eine Sesame soot ich je wach jetzt soot ich wot hier noch mal sein, ob wir klopst das ist ein Zippeljuck und wir eb und wir leckten dort wiesen von Dekpi check dir mal das und da nicht schön sind dann weide eigentlich jüwer beete ok, da wir das nehmen und schmecken das ich immer sei, wir haben dankbar sehr, dass wir uns wieder gesehen haben wir haben hier die Bananen Säug und Säug Pennappel Heinerfleisch und äh ein Kacheries und ich legte immer ein Kleepäschen so eine Sojasauce uuuuuh und äh 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 und ähm und äh auch Die Kathreiche � das in der Lesse und äh so merkt er doch äh das schmeckt ab ihm schöner kann mit da Warte, du merkst mir das, wow, die Hühnerfleischchen, das Grünzen, alles dort ist aber so fein, gar in Räuschen, Wägen, alles da hinunter, mh, 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 das magst du, merkst du doch, dort ist das Wirt, jetzt wird ohne das bloß einmal Fleischchen, also das Kielchen, Bränerchen, alles, das schmeckt auch alle sehr scheinbar, merkt noch mal, was andere, geht? Hohoho, ich mag das abpassen und nicht alle überrascht, mh, 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 merkt ihr doch, so, der erste Bier sei ja fein, danke fein.